Als liebevoller Katzenhalter tun wir unser Bestes, um unsere Katzen gesund und glücklich zu halten. Manchmal tritt jedoch ein Problem auf. Unsere Katze erbricht, wird von einem Insekt gebissen oder bricht sogar zusammen. Das ist zwar immer ein beängstigender Moment für die Katzen und ihre Besitzer, aber es gibt auch einen Trost. Das sind ganz normale Katzen-Notfälle. Das ändert natürlich nichts daran, wie ernst sie sind. Stattdessen zeigt es uns, dass wir vorbereitet sein und die Anzeichen und Symptome einiger dieser Notfälle verstehen müssen. Deshalb folgen nun sieben häufige Notfälle und ihre Symptome. Starten wir direkt mit Nummer 1, Erbrechen und oder Durchfall. Häufiges Erbrechen und Durchfall können bei Katzen schnell zu Dehydrierung und Nährstoffverlust führen. Während gelegentliche Magenverstimmungen kein Grund zur Sorge sind, sollten anhaltende oder schwere Symptome als Notfall behandelt werden. Diese Anzeichen können auf verschiedene Grunderkrankungen hinweisen, zum Beispiel auf eine Magen-Darm-Verstopfung, eine Vergiftung oder eine Infektion. Nummer 2, Zusammenbruch. Wenn Deine Katze plötzlich das Bewusstsein verliert, ist das zweifelsohne ein Grund zur sofortigen Sorge. Ein Kollaps kann die Folge einer schweren Krankheit, eines Traumas, eines Herzproblems oder sogar einer Vergiftung sein. Es muss schnell gehandelt werden, um Deine Katze zu stabilisieren und die zugrunde liegende Ursache zu ermitteln. Nummer 3, Allergische Reaktion. Genau wie Menschen können auch Katzen auf bestimmte Stoffe schwer allergisch reagieren. Häufige Allergene sind Insektenstiche, Medikamente, bestimmte Nahrungsmittel oder Umweltfaktoren. Wenn Du feststellst, dass Deine Katze nach dem Kontakt mit einem möglichen Allergen unter Atemnot, Schwellung, Nesselsucht oder Erbrechen leidet, musst Du unbedingt einen tierärztlichen Notdienst aufsuchen. Nummer 4, Augenprobleme. Plötzlich auftretende Rötungen, Schwellungen, Ausfluss oder Trübung können auf Infektion, Verletzungen oder Grunderkrankungen hinweisen. Nummer 5, Krampfanfälle. Wenn Du miterlebst, dass Deine Katze einen Anfall hat, kann das eine beunruhigende Erfahrung sein. Anfälle können aufgrund von Epilepsie, Vergiftung, Kopftraumata oder anderen neurologischen Störungen auftreten. Sorge während eines Anfalls für die Sicherheit Deiner Katze. Entferne alle Gegenstände, die sie verletzen könnten und suche sofort tierärztliche Hilfe auf. Nummer 6, Stiche, Bisse und andere Verletzungen. Katzen sind neugierige Geschöpfe und können Insekten oder anderen Tieren begegnen, die sie beißen oder stechen können. Schwellungen, Schmerzen, Atembeschwerden oder anaphylaktische Reaktionen können die Folge sein. Und Nummer 7, Vergiftung. Das versehentliche Verschlucken von giftigen Substanzen oder unsicheren Lebensmitteln kann für Katzen schwerwiegende Folgen haben. Zu den Symptomen gehören Erbrechen, Durchfall, Sabbern, Krampfanfälle oder sogar Organversagen. Schnelles Handeln ist entscheidend, um das Gift zu identifizieren und eine angemessene Behandlung durchzuführen. Möchtest Du jetzt noch wissen, welches Symptom Du bei Katzen niemals ignorieren solltest? Dann schaue Dir jetzt das Video an, was ich Dir an dieser Stelle im Bild verlinke. Klicke es direkt an.